Wir werden heute den Zug in GTA 5 überfallen und ein Auto klauen, was 50 Millionen Dollar wert ist. Als erstes müssen wir auf dem Zug landen. Boom! Jetzt müssen wir den Fahrer ausschalten und den Zug übernehmen. So, wir müssen uns leise anschleichen, anvisieren. Halte den Zug an! Bam! Jetzt einsteigen und nun haben wir die Kontrolle über den Zug. Jetzt müssen wir den Zug zum Entleisen bringen. Dafür müssen wir den Zug sehr, sehr schnell beschleunigen. Der Zug hat jetzt mittlerweile eine Geschwindigkeit von über 150 kmh. Es könnte jederzeit so weit sein, dass der Zug entgleist und jetzt wird es... Wow! Jetzt ist es so weit, der Zug ist entgleist. Nun müssen wir uns beeilen. Der Zug liegt hier und wir müssen zum ersten Container hinrennen. Hier ist genau den Container, den wir gesucht haben. Hier platzieren wir jetzt eine Haftbombe dran und werden das Ganze aufsprengen. Jetzt müssen wir nur noch schnell einsteigen in das 50-Million-Dollar-Auto. Jetzt haben wir einen neuen Wagen für Stani Performance. Ein McLaren Senna GTR. Let's go!